Moin, willkommen zurück zu Adaka Zone Patrol. Wir sind in den Blue Caverns. Ich habe euch mal den Weg erspart von Beachhead hier hin. Wir sind von, oder ich bin von The Pines in die Blue Caverns, also wir sind wie hier oben, denn in den Blue Caverns, äh, wo ist es? Genau. The first Cardinal is hiding out in some sort of Refinery, probably in the Blue Caverns. Wir werden den ersten Cardinal wegklatschen jetzt, weil das ist unser einziger Hinweis. Dann brauchen wir noch, ich habe drei Artefakte, genau, wir brauchen acht, um den Hazard Suit zu uns zu holen, damit wir in The Haunt weiter können. Und ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wo die Admin Access Codes sein könnten, oder diese Reboot Disk, oder was auch immer wir brauchen, um diese Computer zu neu zu starten. Wahrscheinlich in Administration. Admin Codes, Administration. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich da noch mal rein. Yippie. Aber ja, das machen wir danach. Erstmal hier diesen komischen Dude wegballern. In einem, in einer Refinery ist der anscheinend. Oh, guten Tag, kleine Männer. Na, was geht? Nicht tot? Alter. Okay. Okay. Mhm. Refinery. Das könnte eine Refinery sein. Das ist N86, da wo nichts, ne, was uns zu der, dem Datencenter wieder geschickt hat, wo wir jetzt die Access Codes brauchen. So, Refinery. So, Refinery. Das ist bestimmt keine Refinery. Aber, wir müssen ja auch noch, wie gesagt, Artefakte suchen. Vielleicht finden wir hier noch eins. Hier ist Information. Okay. Okay. Können wir jetzt fünf Sachen von allem tragen. Uh, Baby. Was ist das? Äh, ist das die gleiche Waffe? Ist das die gleiche Waffe? Okay. Okay. Kein Artefakt. Okay. Okay. Hm. Nee. Da hinten, wa? Das ist das Portal. Äh, ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Oh, dieses Gebiet ist so verwirrend. Obwohl, geht eigentlich. Es gibt Gebiete, die sind schlimmer. Oh, hier. Da nicht hin. Da ist dieser Sniper-Turm. Refinery. Vielleicht da, wo diese Brücke... Brücke ist... Das ist ein Zelt oder so. Lass uns da mal hingehen. Noch. Diese Brücke ist... Ähm, mit den Zügen... Na, wo die... Dieses Wasser, was die hier abpumpen oder was auch immer das ist... Äh... Irgendwie... In die Züge gepumpt wird... Oh, das ist eine Anomalie. Guten Tag. Das ist... Nur ein Fahrstuhl, oder? Gut. Aber da ist das... Da war das Zelt, ja. Mal gucken, was das ist. Da war ich bestimmt schon, aber... Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Jetzt auch gerne. Rot heißt runter, grün heißt hoch. Habe ich so auch noch nie gesehen. Ehm, 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 ehm. Ah, da ist unser Freund. So. Und hier ist gar nichts. Okay. Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Hier vielleicht ein Artefakt hinter. Nö. Nein. Hier ist ein Lagerhaus. Hier. Wahrscheinlich da hinten. Ist der Typ da hinten. Da ist dann die Refinery. Artefakt. Wir können ja noch nicht alle Artefakte gefunden haben. Wäre etwas bescheuert. Es ist halt nur immer schwieriger, noch welche zu finden, weil ich schon an sehr, sehr vielen Orten war. Out of order. Stimmt, da kommt man nicht hoch. Na gut. Dann... Kann man hier rüber? Yep. Gehen wir zu dieser Refinery. Ich weiß... Wow, wow, wow. Hey, Junge. Ich will nur... Ich will nur deinen Papa töten. Oh boy. Ja, hier sind jetzt aber schon, ne, viel mehr Gegner. Das heißt... Aua, der ist hier, der Junge. Äh, äh. Ah, das war er. Ah, okay. Das war er schon. Target down. Gut, I think I might have a lead on our second Cardinal. I don't have a location, but they are talking about interfacing with something called K-102. Any ideas? Nee. Yay. Fuck. K-102. Lass uns uns diese komische Info-Map gucken. Eh, Info-Map. Diesen Info-Computer angucken. Überall rumstehen. Da war der Anfang von der... Von der Vault, die wir öffnen sollten. Was wir letztes Mal... Ich glaube, in der letzten Folge gemacht haben. Diese komische Seelen-Entität oder was auch immer. Ich glaube, ich mache mich jetzt auf Richtung Administration, weil ich sonst nicht weiß... wo noch lang. Ach, und hier kamen wir raus. Okay. Guten Tag! Polizist. B3. Ähm... Oh, da war doch so ein Computer drin. Lass uns mal schauen. Lass uns mal schauen. Ja, noch einen höher. Was war es? K-102 oder so, ne? Und noch einen höher? Alter. Nee. Hä? 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 Wo war jetzt dieser scheiß Computer? Ah, hier. K-102. Da. Necropol. Okay. Okay. Necropolis. Äh, ne. Necropol. Äh, ja. Da. Da. Hätte ich gedacht, ich muss da nicht nochmal hin. Aber anscheinend doch. Okay. Äh, dann können wir direkt wieder in the pines. Jetzt. Jetzt aber grad wieder nicht, wo wir... Wohin? Geh weiter runter. Äh... Nein. Hallo. Hallo. So. Nein. 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 Jetzt. Junge. Die sind tough. Wow. Okay. Ab, äh, in die Necropol. Mal wieder. Na, hier. Ba, 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 ba. Hier ist das Bäumchen. Oh. 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 Hier hoch. Geil anzudeuten, dass es jetzt hier in the pines geht. Also, ne. Pines. Pinienbäume. Und so. Hä. Hä. Äh. Ja, hier. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir natürlich direkt, äh, nämlich direkt da raus, wo der Eingang zur Necropol ist. Ja. Hier. Nein. Hier. Ah. Super. Was soll man gegen solche Anomalien machen, ey? Jetzt sind hier wahrscheinlich wieder alle Leute gespawnt, das heißt, ich laufe einfach durch. Könnte wehtun. Ja. Ihhh. Ihhh. Alter. Oookay. Wir haben's. Ganzes Magazin in den Reihen. eingeklatscht, ey. Junge, Junge. So. K102. Ist das ein Gebäude hier noch, oder? Ah, ja, klar. Da. So. Knäz zwei zwei. Savlo. Your, your ad here, hm. ist das vielleicht das office gebäude das bürogebäude wo wir den dings den jungen gefunden haben die typisch sind ekelhaft hier irgendwo sind die wahrscheinlich da hinten ja leise alter okay ein wenig wehgetan aber wir waren richtig hier ist eine anomalie hier müsste er irgendwo sein nein war das hier ja hier war der typ irgendwo ist er da unten ja oh gott keine gute idee keine gute idee keine gute idee abort 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 oh gott ja falscher knopf mal wieder hier ist ein guter spot glaube ich wo ist der obertyp hallo gott er ist weg er ist doch die brücke hochgegangen äh oh alter okay nochmal god damn it ey der erste war so easy der äh ist er jetzt schon wieder ach man das erste immer den platz platz wechseln äh äh Alter, Junge, geh weg Boah, diese Leute sind so krank Okay, da ist er weg Ist jetzt unser Freund hier irgendwo? Hallo Hallo Oh Oh Okay, ein unsichtbarer Hä? Ja, und Äh, wo geht... Okay, wo läuft er hin? Ach man, das ist doch scheiße Warum sind die immer an irgendeinem anderen Fleck? Oh Ja, ich hab ihn glaube ich gefunden Nee, hab ich nicht Oh 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 Hey Ah Ah So, wo ist er jetzt? Hier war er eben Da Nein Okay 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 Äh Ah Ich weiß irgendwie nicht Ob wir da durchschießen können Ich glaub aber ja 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 Okay, da ist er Aber die können da nicht, mit Energiewaffen kann man da nicht durchschießen Doch kann man Hä Ist der Typ in diesem scheiß Gebäude, ey? Ah ne, da ist er wieder Okay Boah Nicely done Let's see Where our last target Holy shit, he is in the power plant Or at least he is trying to get in Whatever they are doing They are looking for in there We can't let them get in Get to it Okay Ich will einmal noch hier hin Dies Toers Kanalisation Okay, da müssen wir sowieso hin Weil ich ja in die Administration nochmal will K102 Oh Oh Hello Hier war ich Ja, hier komm ich her Wo geht's hier hoch? Wo geht's hier hoch? Wo geht's wieder raus? Kann man nicht rein, ja Hier geht's wahrscheinlich auch wieder raus, ja Nichts Okay Okay Okay, da war gar nichts, ja gut Na dann Wieder ab in die Pines Danke Nee, das ist falsch Da will ich nicht hin Äh Obwohl, da geht's zur Junction Durch die Junction ist besser als durch Bravo 2 Und ich würde sagen Treffen uns äh In der nächsten Folge im Conduit wieder Nicht wahr Wir nehmen Dank fürs Einschalten Schön Progress gemacht Äh Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut Ciao 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 To Shine baby Ir Where's the